Hallo und herzlich Willkommen bei VeggieLeo zu einem weiteren Video, was ich alles so esse. Ich habe aus dem Italien-Urlaub noch diese wunderbaren Nudeln mitgebracht und dazu gibt es eine Champignonsauce und Salat. Die Champignons habe ich dann erstmal in der Pfanne angebraten, mit Salz und Pfeffer gewürzt und dann habe ich tatsächlich noch mal eine Cashew Sahne gemacht. Die Leute, die mir länger folgen, die wissen das, dass ich das immer gemacht habe früher, aber ich bin noch nicht fertig mit meiner Abnehmphase. Ich habe im Urlaub jetzt auch wieder ein Kilo zugenommen und deswegen, ja, aber das hatte ich jetzt, ich hatte da jetzt totale Lust drauf und das musste jetzt noch mal sein. Ich hatte aber auch jetzt Hunger nochmal auf was richtig Deutsches und ich habe hier diese kleinen Würstchen, die hatte ich mir vorher selber gemacht und eingefroren. Dazu gibt es dann Kartoffeln mit Gurkensalat und einer Zwiebelsauce. Und ich bin auch total froh, dass ich endlich meine Heißluftfrutöse wieder habe. Die Kartoffeln habe ich jetzt in kleinere Stücke geschnitten, die kommen da gleich rein. Dann habe ich hier einen Chinakohl, Zwiebeln und die Tomaten waren gerettet von Surplus. Ich bekomme ja immer einmal im Monat so eine Retterbox. Ich habe jetzt hier ein kleines bisschen Öl mit hinzugegeben und dann das Kräuterpommesgewürz von Just Spices. Das ist so ein bisschen mit Rosmarin. Das ist sehr, sehr lecker. Damit habe ich das jetzt gewürzt und dann habe ich das Ganze in die Heißluftfrutöse getan. Und in der Zwischenzeit, wo die Kartoffeln dann backen, habe ich dann meinen Chinakohl gemacht. Dazu habe ich Zwiebeln klein geschnitten und Räuchertofu in Würfel. Ich habe hier den von Rewe Bio genommen. Den finde ich ziemlich lecker und ich kann den echt so essen. Ich mag Räuchertofu, also zumindest diese Sorte oder auch den von Typhoon super gerne so snacken. Ich habe das dann erst mal in der Pfanne angebraten und dann habe ich in meiner Retterbox von Surplus auch ein ganz tolles Gewürz gehabt und zwar von Foodist. Das ist ein rauchiges Gewürz, Spiced Smoky. Da sind so verschiedene geräucherte Paprikasorten drin und so. Das schmeckt richtig gut. Und damit kann man alles würzen, was halt ein bisschen rauchig schmecken soll. Also es ist richtig, richtig genial. Ich kannte das noch gar nicht. Und dann habe ich hinterher den Chinakohl dazu gegeben. Erstmal so diese etwas härteren Stücke und dann die feineren Blätter. Die brauchen ja nicht so lange. Habe das Ganze dann noch gewürzt mit Salz und Pfeffer und noch ein bisschen mehr von diesem Rauchgewürz. Dann habe ich die Tomaten dazugegeben und noch ein kleines bisschen Wasser. Und dann habe ich das hinterher nochmal abgeschmeckt. Also eigentlich kein Hexenwerk. Geht ruckzuck, zuckzuck fertig. Und ich finde es immer wieder total lecker. Auch mit anderen Kohlsorten. Und fertig auf dem Teller sah das Ganze dann so aus. Die Kartoffeln sind dann richtig schön knusprig geworden. Und ja, wir haben so alles, was wir brauchen. Kohlenhydrate, Gemüse, Eiweiß von dem Tofu und ein bisschen Öl mit den Kartoffeln. Hier gab es einfach jetzt nur mal so einen Reste-Salat. Das sind einfach nur Gurken, Paprika und Feto. Und dann habe ich das türkische Allrounder-Gewürz einfach mal ausprobiert da drin. Ich probiere immer gerne mal was Neues aus und das war gar nicht schlecht. Und jetzt gibt es wieder meinen All-Time-Favorite. Ich habe hier wieder meine Alpo-Ski-Alternative mit Minze und Kräutersalz. Das mische ich mir jetzt einfach als Dip. Und dazu gibt es wieder mal Gemüse aus der Heißluftfritteuse. Das ist immer was, was ich super gerne esse, was sehr wenig bis keine Punkte hat und das ist einfach göttlich. Schaut euch den Teller an. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Da ist jetzt Zucchini, Paprika und Tofu. Und dazu gibt es dann den Dip. Und hier habe ich jetzt was super Leckeres gemacht. Das war so göttlich. Das sind Oudong-Nudeln. Die gab es im Lidl. Da habe ich eine Erdnusssoße gemacht, einfach so gemischt im Personal Blender. Da kocht gerade so Tiefkühlgemüse, so eine Mischung. Und das habe ich dann zusammen serviert. Und das war so, 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 so lecker. Ich musste, glaube ich, mal ein Video zu machen oder so. Ja, und dann hatte ich hier einmal diese Sojabällchen wie Königsberger Klopfen. Da gibt es bereits ein Video zu. Wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr da gerne mal reinschauen. Wenn ihr gerne Königsberger Klopse gegessen habt, dann ist das bestimmt auch was für euch. Und da war jetzt mal ein Tag, da war es so richtig urselig. Und da hatte ich so Hunger auf eine Suppe. Also das kennt ihr wahrscheinlich, dass man das ab und zu mal braucht. Ich habe hier die vegane Hühnersuppe als Basis genommen. Dann weiße Cannellinibohnen, braune Linsen. Dann hatte ich noch ein Brokkoli, Zwiebeln und Karotten. Und das schmeiße ich jetzt einfach alles zusammen da rein. Also wirklich nichts Besonderes. Aber es schmeckt einfach hinterher total lecker. Ich habe dann einfach wirklich die Zwiebeln klein geschnitten, die Möhren reingegeben. Die brauchten am längsten. Dann habe ich in der Zwischenzeit den Brokkoli geschnitten. Und ja, auch den Strunk verarbeite ich mit. Den schneide ich dann in kleine Stückchen und der kommt dann auch mit in die Suppe. Und dann habe ich einfach nur die Hülsenfrüchte mit reingegeben. Also die Cannellinibohnen und die braunen Linsen. Und dann hatte ich im Schrank noch einen Rest von so kleinen Reisnudeln. Also Nudeln in Reiskornform. Risoni oder so heißen die glaube ich auch. Und die habe ich jetzt einfach noch mit hineingegeben, damit das Ganze halt noch ein bisschen mehr Volumen bekommt. Und dann habe ich das so lange kochen lassen, bis die vergar waren. Das ist immer das Praktische daran. In so eine Suppe kann man alles reinschmeißen, was man noch so im Kühlschrank oder in den Schränken findet. Und es schmeckt eigentlich immer. Und hier seht ihr jetzt so eine Art Pommes aus der heiße Fritteuse. Dazu gibt es einen Salat. Das muss immer sein bei mir dabei. Und auf dem Teller ist noch die vegane Käsesoße von Goudas Glory. Und hier haben wir jetzt Paprika, Zwiebeln, Karotten, Knoblauch, Tofu, Tomatenstücke und Nudeln. Das gibt jetzt ein Tofu-Gulasch. Das ist ein Weltwatchers-Rezept und ich habe das schon mal gemacht. Da kommen aber eigentlich Kartoffeln noch mit rein. Ich hatte jetzt aber keine Kartoffeln und habe dann Nudeln dazu gekocht, Vollkornnudeln. Und habe dann einfach den Rest so gemacht, wie es eigentlich mehr oder weniger im Rezept stand. Bei mir ist das immer so, dass ich das noch ein bisschen abwandeln. Also zuerst Zwiebeln und Räuchertofu klein schneiden, anbraten. Dann Paprika und Karotten dazu. Das Ganze wird dann auch noch mal angebraten eine Zeit lang. Und dann wird das Ganze mit Mehl bestäubt. Und dann auch noch mal ungefähr eine Minute so anbraten lassen. Und dann habe ich das Ganze auch noch mal gewürzt mit diesem Spice-It-Smokey. Das passt wirklich sehr gut dazu, gerade bei so einem Gulasch halt. Und dann wird das aufgegossen noch mit ein bisschen Gemüsebrühe. Und dann habe ich noch ein bisschen Tomatenmark mit reingetan oder diese gehackten Tomaten. Und dann wird das einfach kochen lassen, bis das Gemüse ganz gar ist. Ich habe das hinterher dann noch mal abgeschmeckt. Also ich finde es immer ganz praktisch, so was im Haus zu haben, weil Tomatenmark ist ja immer so ein bisschen neutral. Und hier im türkischen Supermarkt gibt es hier so eine Mischung Paprika-Tomatenmark. Das ist dann nicht ganz so scharf wie das Paprika-Mark und es gibt aber trotzdem eine gute Würze. Ja, dann noch ein bisschen Majoran dazu. Und wie gesagt, dann halt kochen lassen, bis alles gar ist. Es schmeckt richtig lecker und hat wirklich auch so gut wie keine Punkte. Natürlich die Nudeln dann schon. Aber mit Vollkornnudeln ist das Ganze dann auch wirklich ein vollwertiges und leckeres Gericht. Als nächstes gibt es eine Gemüseplatte mit Maronen-Tofu-Topping. Da habe ich jetzt erst mal frische Bohnen, dann habe ich hier Rosenkohl, Karotten und die Maronen, die habe ich selbst gesammelt. Und ich habe sie eigentlich sehr schlecht in Erinnerung. Ich habe noch Rosmarin da liegen. Ich wollte es aber noch mal probieren und ihnen noch mal eine Chance geben. Ja, ich habe das Gemüse jetzt erst mal gekocht. Die Maronen hatte ich einen Tag vorher schon ein bisschen gekocht und die habe ich jetzt klein geschnitten. Und der Tofu wird jetzt auch ganz klein geschnitten und mit den Maronen zusammen angebraten. Und dann habe ich das nur ein bisschen gesalzen und noch ein bisschen Semmelbrösel drüber gegeben. Das ist eigentlich schon alles. Das ist das Topping. Also es ist wirklich gar nichts Besonderes eigentlich, obwohl es hinterher richtig toll aussieht. Ja, ich habe hier wieder ein bisschen was von dem Bio-Gee oder Ghee aus Olivenöl in der Pfanne. Da habe ich das Gemüse dann hinterher nochmal mit dem Rosmarin drin angebraten. Das macht das Ganze wirklich noch ein bisschen was Besonderes. Da kommt noch ein Schuss weißer Balsamico-Essig dann rein. Und dann habe ich das noch gewürzt mit frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer und Salz. Und dann habe ich das hinterher auf dem Teller angerichtet und noch mit Schnittlauch bestreut. Also ich kann wirklich sagen, dass das sehr, sehr lecker war, aber ich hätte die Maronen nicht gebraucht. Also ich mag einfach keine Maronen. Die sind so mehlig und das gefällt mir überhaupt nicht. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr Maronen mögt oder nicht. Ich hatte jetzt noch jede Menge Gemüse übrig und habe dann am nächsten Tag noch eine Soße dazu gemacht aus weißen Bohnen. Da waren jetzt noch Zwiebeln, die habe ich angedünstet und Gemüsebrühe. Kommt jetzt da auch noch mit rein. Das ist jetzt hier die von Koro. Ich finde die super lecker. Es gibt die in gesalzener und ungesalzener Variante. Die benutze ich halt immer, wenn ich nicht die vegane Hühnerbrühe verwende. Und ich habe das jetzt einfach gekocht und gemixt. Und dann ist die Soße auch schon fertig. Denn ich hatte auch noch von den Vollkornnudeln welche. Und das wäre mir jetzt ohne Soße einfach zu trocken gewesen. Und so habe ich jetzt eine richtig leckere Soße. Ich habe da auch noch Hefeflocken mit reingetan. Genau. Ja, also wenn ihr das mal nachmachen wollt, könnt ihr mal so ruckzuck so eine sahnige Soße eigentlich machen, die wirklich sehr gut ist, wenn man jetzt auch auf Fett verzichten möchte oder wenn man abnehmen möchte. Und schon wieder jede Menge Gemüse, Paprika, Zucchini, Zwiebeln, Kartoffeln, Tomatenstücke, Tomatenmark. Das gibt nämlich jetzt einen Ratatouille-Kartoffelauflauf. Das ist auch ein Weight Watchers Rezept. Die Kartoffeln habe ich jetzt erstmal in feine Scheiben geschnitten und die Zucchini ein bisschen dicker. Habe das Ganze jetzt so geschichtet in der Auflaufform. Paprika und Zwiebeln habe ich dann in die Mitte gegeben. Und dann habe ich eine Soße gekocht. Hier ist jetzt ein bisschen von dem Ghee aus Olivenöl wieder drin und Knoblauch. Den habe ich jetzt erstmal ein bisschen angebraten. Und dann habe ich noch von meinem Balkon frische Kräuter mit reingetan. Thymian und Rosmarin. Und dann habe ich die garten Tomaten dazu gegeben. Habe noch Oregano dazu gegeben. Der ist jetzt getrocknet. Und habe dann praktisch eine leckere Soße daraus gekocht. Nochmal abgeschmeckt mit Salz und Pfeffer und ein bisschen einkochen lassen. Und dann habe ich diese Soße einfach auf dem Auflauf verteilt. Das wäre eigentlich schon das Rezept. Ich dachte mir aber, okay, ein bisschen mehr Geschmack könnte noch dran. Und deswegen habe ich noch eine Hälfte von dem veganen Feta so geraspelt und mit drüber gegeben. Das schmeckt dann doch immer noch mal ein bisschen besser. Also es sieht jetzt viel aus, aber es war wirklich nur ein halber Block. Und so sieht das dann aus, wenn das aus dem Ofen kommt. Also es war auch richtig lecker. Es hätte für meinen Geschmack noch ein bisschen länger im Ofen bleiben können. Aber das Gemüse war jetzt noch ein bisschen bissfest. Beim nächsten Mal würde ich es noch ein bisschen länger drin lassen. So, es gibt Pizza. Und zwar eine Dinkel Vollkornpizza. Den Teig hatte ich über Nacht im Kühlschrank. Den habe ich abends vorbereitet mit ganz wenig Hefe. Dann geht der über Nacht ganz wunderbar. Ihr seht das ja hier. Also es ist ein ganz, ganz toller Teig geworden. Und den habe ich dann jetzt ein bisschen ausgerollt. Und dann habe ich Tomatenstücke draufgegeben. Und das hier, das ist ein veganes V-Roast-Beef von Terra Vegane. Das habe ich bei Veggie Specials bestellt. Das ist richtig lecker. Dann habe ich noch Champignons und Zwiebeln, veganen Reibekäse. Und das habe ich jetzt alles da draufgegeben. Ja, es ist eine richtig leckere Pizza geworden. Ich wollte eigentlich Hefeschmelz draufgeben, aber den Käse, den hatte ich noch und der musste unbedingt weg. Das Rezept für die Pizza gibt es übrigens auch als Short-Video. Genauso wie der Zwiebelkuchen, den ihr da jetzt im Hintergrund seht. Das waren jetzt Reste. Die hatte ich dann am nächsten Tag gegessen mit einem riesigen Salat dazu. Und der Zwiebelkuchen, der ist so, so lecker. Ich verlinke euch das Rezept hier gerne nochmal. Den müsst ihr unbedingt mal nachmachen. Ja, und das war jetzt das letzte Rezept in diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen inspirieren und einige Ideen mitgeben. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt und aktiviert das Glöckchen. Dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn ein neues Video von mir erscheint. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!